Die Maschinenfabrik Bermattingen GmbH & Co. KG stellt 2014 den neuen Frontseitenmulcher Humus GLS mit neuartiger Seitenverschiebung vor. Die Maschinenfabrik Bermattingen hat sich gezielt auf die Anforderungen der vielfältigen Herausforderungen bei der Grünflächenpflege im kommunalen Bereich, bei der Anlagenpflege in Industrieanlagen, auf Flughäfen und vergleichbaren Einsatzbereichen konzentriert. Das Ergebnis ein völlig neuartiger Frontseitenmulcher mit innovativer Seitenverstellung und kompakter Bauweise. Zugeschnitten für den Einsatz mit Schmalspur, Kommunal-, Kleintraktoren und Radladern bildet diese Kombination eine perfekte Arbeitseinheit. Kann ich nicht, gibt es nicht. Das kompakte Multitalent bewältigt alle Aufgaben der Grünflächenpflege. Doppelte Einsatzmöglichkeiten. Damit wird jeder Winkel erreicht. Das Gerät kann als Frontmulcher für die Flächenpflege direkt vor dem Trägerfahrzeug eingesetzt werden oder als Seitenmulcher. Mit der großen Linearverstellung von 1,04 Meter lässt es sich komplett seitlich nach rechts neben den Schlepper verschieben, um an Wegen und Straßenrändern sowie Böschungen und Gräben und unter herabhängenden Ästen zu mulchen. Der Neigungsbereich von 90 Grad nach oben und 60 Grad nach unten sowie der stufenlos einstellbare Schwenkverschiebebereich garantieren nahezu grenzenlosen Einsatz. Bewertete Einsatzbereiche des GLS. Mulchen von Gras und leichtem Gehölz, Mulchen von Gräben und Böschungen, Eckenpflege, Pflege von Straßenbegleitgrün, Feldrändern und Straßenrändern, Flächen- und Landschaftspflege, der kommunale Einsatz, Grünflächenpflege von Flugplätzen und Betriebsgrundstücken. Optimale Ausstattung und bedarfsorientiertes Sonderzubehör. Der Frontseitenmulcher kommt im Frontanbau zum Einsatz. Er wird wahlweise mit Anbauplatte oder Dreipunktaufnahme geliefert. Ein hochwertiger Ölmotor sorgt für einen robusten, elastischen Antrieb über verstärkte Keilriemen auf die Rotorwelle. Das starke, verwindungsfreie Gehäuse und die stabilen Lagerungen an Laufwalz- und Rotorwelle sorgen für zuverlässigen Dauereinsatz im professionellen Bereich. Das GLS Seitenmulchgerät wird in Arbeitsbreiten von 1,05 m, 1,25 m, 1,45 m und 1,55 m angeboten. Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website humus-mulchgeräte.de und unserem Katalog. Untertitelung des ZDF für funk, 2017